Ein Volkswagen Passat steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 174.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersichtsbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 170 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017